hallo leute herzlich willkommen bei einer neue folge von dem adventskalender heute spielen wir master builders und zwar heute haben wir dabei fluffy corn und ja was muss ich bauen ich habe eigentlich sowas ähnlicher schon gespielt montagsbilder mit rami aber egal ist aber nicht das gleiche ja komm eigentlich ja das geht noch gibt mein gott keine ahnung ich habe echt keine ahnung was ich bauen soll leute aber aber wie ich das bauen soll ok warte ich versuche es mal ja moin auch ein türgriff und was bekommst du so zu weihnachten also auf jeden fall neues headset ja nice und so anderes zeug ach so ne jakke hast du mal gesagt oder zu mir oh nice und flieg ich frage die leute immer was sie so bekommen ne ist der adventskalender leute da muss man das ja machen keine ahnung keine ahnung es gibt leute die wissen gar nicht was sie bekommen aber egal so wie der daniel der weiß auch nicht was er bekommt wahrscheinlich das weiß ich nicht mal ich weiß das immer weil meine mom fragt mich immer was ich bekommen soll und will und dann ja mich ja auch und dann meistens darf ich die selber so einpacken alles klar alles klar alles klar alles klar ich hab beim pc ein bisschen aufrüsten so minimal erstmal wie es geht und dann alter das sieht aus wie eine tür ja ich hab's geschubt so oh mein gott ich werd einfach mal unterbrochen und die tür ist offen ja geil die leute können nie die tür zu machen wenn sie reinkommen nur ich hasse das mikrofon aktiviert bei mir bei mir liegt auf jeden fall sehr viel schnee bei dir auch oder in nordrhein-westfalen liegt auch sehr viel schnee bei niedersachsen gar nichts fast ja nicht so viel ja ich weiß dass ich rede da mit den leuten immer und dann ja extrem ja aber dafür muss ich geld bezahlen die niedersachsen gang ist das beste ne oder die nrw gang habe ich auch noch mit daniel und so ja klar ich hab sehr viele heiße schaffe ich das noch hin ja genau ich verlinke es extra nochmal könnt ihr alle mal vorbeischauen ja naja stimmt daniel aber bald aber bald hoffentlich ne alle mir auf youtube ich hab schon 1085 abos seh ich ja selbst steht ja hier subscriber ich krieg abonnenten haha find ich gut bald 1,1k ne ja daniel hat schon längst die 1,1k das story ne oh das ist ne echte krasse geschichte aber ich kanns mal sagen ne jetzt wird dago wieder lachen ne ich glaub das ist schon lange her ich glaub 2015 oder so ja alles klar oder war das davor ich glaub 2015 ja stimmt dann hab ich öfter mal auf youtube gestreamt damals mit meiner bambus leitung 16k leitung war nicht so geil ähm er war auch nicht mit obs und so mh geht ähm dann hab ich ihn einfach mal dann hat er glaub ich mein stream mal angeschaut und dann hat er zuerst sich gedacht hey der streamt doch voll scheiße obwohl er nicht besser war Tinten Fischtoast was denn ja moin sieht ihn nicht aus wie eine Tür geht auf jeden Fall und ein heheheheh oh mein Gott ja da hab ich ihn einfach mal so kennengelernt war eigentlich relativ cool und oh das sieht geil aus oh das sieht geil aus perfekt oder wow Wow, everything is awesome! Ich habe Amazing gegeben. Passt doch auch. Naja, geht. Ich auch nicht. Haha! Ja! Ich habe ihn einfach so... Ich habe ihn einfach durch einem Stream kennengelernt, Leute. Das Stream ist schon mal heftig. Durch Streams kann man so viele neue Zuschauer bekommen und auch Leute kennenlernen. Das ist richtig geil. Sarah, YouTube kenne ich glaube ich auch aus einem Stream, glaube ich. Oder ich glaube... Oder aus irgendeinem Kommentar. Ich glaube, ich habe irgendwann einen Kommentar geschrieben und da hat sie den Kommentar gesehen, hat sie meinen Stream angeschaut. Ich bin mir jetzt gerade selber nicht sicher. Meins. Ich habe die Tür weggemacht. Nein! Ich habe die Tür nicht weggemacht. Ah. Okay, nice. Ja, okay. Danke. Das ist nicht so... Oh, Junge. Okay. Okay. Ich habe dir ein Mitleidsgut gegeben, damit... Hey, gar nicht explodiert hier. Ich dachte mir einfach so... Ich dachte mir so, komm, lass mal auf Mindplex aufnehmen. Weil ich... Ja, aber ich habe ja auch einen Rang, ne, und ich benutze den Rang einfach nicht. Ich spiele hier fast gar nicht und... Extrem scheiße von mir, dass ich hier nie spiele und obwohl... auch nicht. Ja, eigentlich... Eigentlich war es wieder nicht meine Idee, aber... Ja, das habe ich gesagt. Eigentlich war es ja deine Idee. Okay. Du lügst da... Du lügst da, weil du den Mund aufmach. Ich habe hier Ultra, ne? Ich spiele ja gar nicht. Ach, ich bin ein... Ja. Ja, ja. Ich bin schlecht. Ja. Ich bin der Dritte. Okay. Lass das Video jetzt beenden, ne? Ja. Ja, okay, Leute. Dann hoffentlich hat es euch gefallen vom Adventskalender und... Ja, die nächste Folge wird wahrscheinlich mit Stefan oder so sein. Mal schauen. Ich weiß ja nicht, was ich mache. Äh... Das weiß ich nicht. Das ist... Das bleibt ein Geheimnis, Leute. Eigentlich weiß ich selber gar nicht, aber... Ja. Ja, was? Was machst du am 24. mit wem? Das... Das... Ja, das... Das... Das wird nicht... Das wird nicht funktionieren. Glaube ich. Weißt du, was man machen müsste? Ja, nicht jeder hat ja Zeit. Das ist halt die Sache. Alle, alle, mit denen du bist... Und ja, Leute. Dann würde ich sagen, war es das mit dem Video. Und ja, tschüss. Das gäbe ein Chaos. Aber ein übelstes Chaos. Das wäre so lustig. Ja. Ja, das wäre so lustig. lar...